Gut. Macht nix. Auf in die nächste. Jim? Jim! Where's Jim? We... couldn't get him out. Valerian. You left him behind! Stand down! Let him go, Kerrigan. Valerian is helping us. There is no us. IFF negative. Multiple hostiles inside the perimeter. Scramble attack response squads, three through nine. Hall breach, frame seven, deck three. Defensive maneuver, Delta IV. Prep all stations for jump. No one is going anywhere until I see Jim. Shield to 30. Failure imminent. Dominion fleet, this is Hyperion. Cease fire. Crown Prince Valerian is aboard. My father will sacrifice any piece on the chess board to take the queen. We have to jump now. We'll lead them away and circle back for Jim. Decompression is at four. Sealing aids. We need to work together. Do what you want. I'm going to find Jim. I'm going to find Jim. I'm a chance to do more. We need to stay here. Yeah, I'm gonna have to go to the game. I'm going to find him. Sie sind über die Dominion. Die Team, das ist Fleet. Was ist Ihr Status? Fleet, unsere Base ist aufgebaut, und der Trach- und Pulse-Cannon ist fast online. Verhalten das. Eliminate alle Stragglers, als sie diese Koordnungen arbeiten. Wir werden für Sie zurück. Fleet out. Das Cannon wird Jim'n Schiff ausbauen, als er in der Orbe kommt. Er wird niemals sehen. Set course für die Zerg-Hive-Cluster. Ich brauche eine Armee. Ich fühle mich eine Armee, um diese Koordnungen zu kontrollieren. Wer bist du? Meine Königin, ich bin Nachduhl, eine Koordnungen. Du hast uns gegründet, um die Koordnungen zu gewinnen. Du hast uns zurückgebracht? Ich bin deine Königin, und ich habe nicht zurückgebracht. Aber ich brauche deine Brut, um die Terran-Cannon zu zerstören. Die meisten meiner Brutnungen sind mit mir. Ich kann sie zu dir senden, aber es dauert Zeit. Dann sende sie. Wenn sie kommen kommen, wir werden die Kanon runter, bevor Jim'n hierher kommt. Ich werde dieses Hive für den Kampf vorbereiten. Die Dominion hat mein Schiff, und sie werden mich suchen. Sie werden automatisch an die Ressourcen geschickt. Ist das schön. Wir werden sehen, ob ich mich daran erinnern kann. Das erste, was ich brauche, ist ein Spau-Pool. Ja. Erstmal drohen. Komm, jetzt gib mir mal bitte alle hier nicht auf den Keks mit den Typs hier. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Wir gehen in. Wir gehen in. Wir senden die Reinforceungen. Die Dominion haben uns gefunden. Sie werden uns sehr schmerzen. Das ist Kerrigan. Ich möchte das nicht auf den Keks mit den Tutschern. Ich erinnere mich jetzt nicht auf die ganze Zeit mit diesen Tooltips. Können wir die nicht irgendwo abstellen? Boah, das ist echt nervig. Ähm. Showalerts. Wenn die Dominion gekommen ist, sie haben eine meiner Brüte in die Keks. Sie werden uns wiederholen, wenn wir die Terran-Soldierinnen können, beobrados und aufstehen. Wir dürfen mehr Minerals. Das ist Kerrigan. Mктpками hoch gerufen. Was ist es? Spau am Tor,- Wir müssen mehr Minerals. Wir versuchen mehr Minerals. Wir brauchen mehr Minerals. ich hoffe das ist gleich vorbei ja echt also das nervt total kann nämlich jetzt mal bitte einfach spielen lassen ist ja nervig wir brauchen mehr Minerals wir brauchen mehr Minerals say again wir brauchen mehr Vespas wir brauchen mehr Vespas wir brauchen mehr Vespas ach what the we require our forces are under attack what is it this is Kerrigan right Vespas we require more Vespas there are more Zerglings in this cave my queen come out of hiding Zerglings fight for your queen dominion approaching from the north jo so speedlinge wären halt auch wat feines what is it pushing ahead you have recovered part of the brood rise my children rise my children is it our forces are under attack i gotcha work to be done say again die nummer 3 das da oben ist jetzt die main object da ist da wollen wir eigentlich jetzt noch nicht sofort hin hätte schon ganz gerne die bonus objekte war eigentlich gemacht aber hier google ach genau hier gucken wo die sind oh hallo das wird mal wieder queen sind einfach okay oh hallo schön mhm Our forces are under attack We require more minerals Safety's off Right Spawn more overlords Our forces are under attack We require more minerals Pushing ahead There are more Zirglings in this cave, my queen Ah, there is the third Wow And now I have to get the base off We require more minerals Ready for action Yeah, I hear you The hive cluster is under attack We require more minerals Our forces are under attack Hostiles engaging We require more minerals Easy peasy We require more minerals More of my Zirglings The brood grows stronger Say again Say again We require more minerals Our forces are under attack Say again Our forces are under attack We require more minerals We require more minerals Safety's off Our forces are under attack Our forces are under attack Yeah, I hear you Covering We require more minerals Lagen bisher halte ich mir ganz gut aus The worms are tunneling I want to say We have already Everything on the ground I want to say Everything on the ground What is it? Say again Say again My boot has come My boot has come They are yours to command My queen Top Perfect Now let's get up to their base And destroy that cannon Before Jim arrives Oh Overlots Have you also got to get up to your Have you also got to get up to your forces in battle Oh Endlich 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 I'llbey I'll pass king I'll pass you I'll pass you He'll pass him Yeah, I hear you Right Yeah Heading out Say again We require more minerals Die Tanks siegen, da darf man anfangen. Oh, top. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, definitiv, das war doch, äh... Das liegt doch gut, dann mal zur nächsten... Das liegt doch, äh... Jim? Jim? Are you on this frequency? Jim, are you out there? I'm at the rendezvous, it's all clear here. I've been thinking about what you said. There's something dark in me, Jim. I need you. I need you to hear me right now. We interrupt your regularly scheduled programming to bring you this news. Notorious rebel Jim Rayner was captured in a daring raid yesterday. He was briefly interrogated and summarily executed. Emperor Mengst had this to say. Proud Dominion citizens, at long last our nightmare is over. The lawless terrorist James Rayner is dead. With his death comes a new era of peace. The Protoss have retreated from our dominion. And the Zerg threat has been removed. Their swarm is shattered and leaderless. Soon, we will eradicate every last Zerg on charm. In short, we have won. Our peace and security is assured. Good night, my faithful subjects. Exk. Navigation online. Destination Zerg space. Confirm. Confirmed. The first choice of options. We can choose the missions. So, what do we have here? Intercepted Dominion transmissions indicate that the Zerg swarm has split into factions. Part of the swarm is on charge under the command of a broodmother named Zagara. She is fighting a running battle against General Warfield's Dominion forces. So, what do we have here? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Good evening. Sie hat sich alle ihre Ideen, Gedanken und Planen in mir gehalten. Nicht erinnern Sie? Ja, ich erinnern Sie. Mehr als wichtig, Sie erinnern Sie mich. Du bist die Queen von Blades. Ich behebe. Perfect. Summonen die Swarm, und vorbereiten Sie auf Korhal. Die Swarm ist in Wettbewerb, und werden Sie nicht antworten. Viele Zergs auf Char sind unter dem Wettbewerb, Zagara. Sie versucht, ihre eigene Swarm zu entwickeln. Während sie живet, die Swarm wird verbreitet. Nicht lange wird es nicht. Wir nehmen uns nach dem Boden. Ja, dann machen wir die nächste Mission. Aber erstmal gucken wir hier noch ein bisschen. Die Dominions haben sich selbst in Hause, während ich weg bin. Als ich meine Wettbewerb zurückgelegt habe, General Warfield wird verbreitet. Sag mir über diese Leviathan. Es ist das Organe, von dem du die Swarm schlägst. Und das ist ihre Nerve-Center. Und kann mich in jeder Welt, die ich wünsche? Natürlich, meine Königin. Aber unsere Zahlen sind wenig. Bevor die andere Welt zu verbreiten, möchtest du, dass du deine Wettbewerbs hier auf Char rechnen möchtest. Lass die Strategie zu mir. Jetzt, was kann ich noch machen auf diesem Leviathan? Du kannst überwollen und überwollen deinen Swarm in der Evolution-Pit. Die Kreatur Abathur kann dir helfen. Ich werde dir helfen. Oh, Abathur werden wir uns auch bald kennenlernen. Aber wir gehen einfach mal hin. Was bist du? Abathur. Abathur. Evolve Swarm. Spins Strands & Sequences. Servit Overmind. Dann Servit Queen of Blades. Jetzt, servit du. Ich bin die Queen of Blades. Hmm... Different. Sammeln Genetik-Strands. Queen of Blades war effizient. Angeber Zerg Qualität. Minor Terran Influence. You, infected with more Terran matter. Grasperlim poorly designed. Can improve. We'll give it back better. Don't touch me. Only focus is evolving the swarm. Seek perfection in all things. Work in Evolution Pit. Can review my work here. Can evolve units at any time. Start with Zergling. Did the Broodmother Zagara try to take you with her? No. Not powerful enough to command me. Only you. If she lacks that power, how did she think she could command the swarm? Adaptation. Place herself in situation where only option, evolution, force, change on herself. So she may have evolved into something much more dangerous. That will make things interesting. So, jetzt gibt's auf jeden Fall erstmal die Mutation für Zerglinge. Organism can be upgraded. Three distinct mutations available. Once chosen, will activate sequences within creature. Improved combat potential. Mutations choice. Not permanent. Can alter at any time. Oh yeah. Hm 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 implemented Ich glaub wir muerte jetzt mal mit der Ballik. Ja orientBox sind nie mit.